Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Beatsaber. Für diejenigen unter euch, die es noch nicht kennen, das ist ein VR-Spiel, in dem es darum geht, so Musikblöcke zu zerschlagen. Das macht doch relativ viel Laune und treibt einen auch schnell den Schweiß auf die Stirn. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ohne große Umschweife wünsche ich euch viel Spaß. Ciao! Musik 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 Musik